Und ja, wir haben das Auge des Grachen, wir haben das mit dem Boden mit schlechten Nachrichten und in den Händen der Orks haben wir. Also ich sammle jetzt hier die Kräuter ein. Und dann mache ich einen Quick Save wieder, bevor wir uns mit der Ork Patrouille hier anlegen, die uns vorhin übelst zugerichtet hat. Der Hirsch weiß nicht, was er will. So. Ach ja, und die Orks noch plündern. Mein Atem geht ruhig. Fellfetzen vor dem Blindenschutz wahrscheinlich. Quicksave machen. Sprich, Freund. Noch ist die Ork Patrouille nicht in Sicht. Also können wir hier in Ruhe... Kräuter sammeln. Aber da kommt sie auch schon. Das Problem ist, wenn ich richtig sehe, sind das... ...ein Ork Untan für und ein Bogenschütze. Sind das sehr viele Bogenschützen eigentlich. ...ein Schwerg einbauen. Für Ardo. Bei meiner Axt. Ja. Haha. Dezeption. Dezeption. Gut. Wenn wir einzelne Bogenschützen schnell ausschalten können... Ich versuche mein Bestes. Das ist gerade ein Ork Krieger. Das ist gerade ein Ork Krieger. Okay. Ihr? Ja. Thorax. Mandaya Ioai Banda. Ah. Da. 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 Noch sieht alles in Ordnung aus. Gut. Forgrim, du trinkst mal einen, sicherheitshalber. So, Gledis. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten von den Bogenschützen schießen auf Forgrim. So, die Heilung ging noch durch. Also ja, so wie das aussieht, schießen sie alle auf Forgrim. Sprich, Freund. Das lief dieses Mal deutlich besser. Ja. So, dann gucken wir mal, was die so bei sich hatten. Also abgesehen vom Wurfbeilen. Neuer Einpasshaft für Forgrim als Ersatz. Was ist das für ein Ding? Das sieht... Ne, das ist einhändig. Die orkische Einhandachse ist reich, verziert und zeugt von großer Schmiedekunst. Der Rabenschnabel ist 1w4 und das Ding ist 1w5. 1w7 sogar. Bei Forgrim. Würde aber die Waffenparade um 2 verringern, was allerdings nicht so schlimm ist, weil Forgrim hat ja noch ein Schild. Hat damit aber eine stärkere Waffe und auch eine äxtische Waffe, die ein bisschen mehr wieder zu ihm passt. Würde ich sagen. So, Ork-Bogen-Schützen haben hoffentlich Pfeile. Nein. Also ja, ist nicht so, als ob wir nicht genug mitgenommen hätten. Hm. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall Ruhezeit, hier in dem Busch zu gucken, wo der Gullmond versteckt ist. Ah, da. Und hier sind Connyschies versteckt irgendwo. ja, ich hab sie. Ja. Also ja, man muss sagen, Drackensang hatte schon immer ein komisches Agro-System. Alles andere ist da unten. Also, speichern wir sicherheitshalber lieber mal. So, hier haben die Orks ein kleines Lager errichtet. Alles klar. Ich versuche mein Bestes. Schön hinter mir bleiben. Ich versuche mein Bestes. Na klar. Komm schon. Thorax. Macht ihr. Alles klar. Äh, kled ist wohl es so hin. so ich mag eigentlich die orks in das schwarze auge muss ich zugeben die sind nicht so die typischen stupiden idioten auf der einen seite auf der anderen seite sind sie trotzdem immer noch so wie man sie halt erwartet also wie man orks erwartet und ja mein inventar ist schon ziemlich voll wieder was die kriegsbeute angeht deswegen geben wir auch vorgrem ein paar sachen so pfeilspitzen und holzleim wiederum doch ja was für sie und ja was die pflanzen so auf solchen maps wie die der hier angeht versuche ich so viel wie möglich mitzunehmen das hier sind alles achimistische sachen weil selbst wenn wir sie nicht unbedingt nutzen könnten wir sie immer noch verkaufen oh ein wartierter waffenrock ist halt genauso gut wie die elfische lederrüstung ich weiß ich glaube ich 3 3 sagen wir so drei behinderungen sind nicht so praktisch deswegen geben wir glädis den wappen äh den waffenrock der ist zwar nicht ganz so gut wie die robe aber macht ihre behinderung schlechter ja ein punkt abzug auf ausweichen das heißt zwei das wären in drei sind drei punkte gewesen die sie jetzt hatte jetzt sind es noch zwei ich versuche mein bestes so das lager was die orks hier errichtet haben wo geht es denn hier hin daran kann ich mich gerade überhaupt nicht mehr erinnern ach so hier gab es einen geheimen weg auch gut also ja glädis hat jetzt wieder besseren ausweichwert alles klar einen von elf mit dem ding hat sie nämlich nur einen von neun okay so das ist das ist Vielen Dank.